Hallo! Heute bügele ich eine Hose mit Bügelfalte. Vor dem Bügeln empfehle ich die Hose ordentlich mit Bügelhilfe oder Flüssigstärke anzusprühen. Schließe den Reißverschluss. Lege die Bügelfalten von vorne aufeinander und fixiere sie am Bund mit einer großen Klammer. Befestige auch die rückwärtige Hosenmitte am Bund mit einer Klammer. Breite die Hosenbeine gut flach auf dem Bügeltisch aus. Das unten liegende Hosenbein klammerst du an die Enden deines Bügelbrettes. Das obere Hosenbein faltest du nach oben. Mit einem Arm greifst du in das untere Hosenbein und breitest du das Futter, die Hosentasche und die Nahtzugabe richtig aus. Nehme zum Bügeln ein feuchtes, dünnes Baumwolltuch unter das Bügeleisen. Im Schritt angekommen öffnest du die Klammer um den Reißverschluss. Klammere aber unten liegende Bügelfalte auf den Hosenbund. Lege das gefaltete Hosenbein nach hinten zurück. Bügele dann das Vorderteil. Schlage gefaltete Hosenbein nach vorne um und bügele das Hinterteil. Eine Seite ist jetzt fertig. In gleicher Weise bügelst du die zweite Seite. Musik Jetzt sind die beiden Seite fertig. Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Erfolg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.